KT das hat die 20 und Gau vor dem Ziel hätte ich ihn ab Sieg das letzte Runde die Folien das ist ein Nutzfeld oder auch erst gierig nö ich habe mir gegeben wo auch das knapp war das knapp der Sitzende wieder aber ich bin zum Glück nur die Stadt kleine Schildkröte Wer ist dieser Tiger oder so? Ja, der ist... Oder das Krokodil. Das Krokodil ist groß. Ja, stimmt. Vor allem ist das scheiße. Das ist eklig. Das ist eklig? Na gut, das ist eklig. Und das ist mein Sieg. Wo ich bin, oder? Ich besiege den Boss beim ersten Mal. Schon nicht schlecht. In der zweiten Runde ist der auch ein bisschen besser. Wie schwer denn zu synchronisieren, oder? Das sieht voll dumm aus. Okay. Das kriegen wir hin. Oh Gott. Das wird nicht schön. Ach ja. Ja. Na ja dann. Viel Glück. Das machst du. Ich sehe schon die erste, die hole ich mal. Ich hole mir hin. Ich habe einen guten Start. Ich habe die jetzt... Ja, ich habe sie. Und ich hänge an euch dran. Das ist richtig gut. Das könnte mir ein Vorteil sein. Ich glaube, die Map kann ich nur nicht so... gut. Ach nee. Ja, was hat das denn für einen Bug? Hast du das gesehen? Ne, hab ich einen Scheiße. Ich glaube, ich kann die nur nicht so gut, weil hier keine blauen sind. Sehen wir den Level. Oder nur wenig. Links glaube ich nicht. Ja. Ja. Ich hatte recht. Ich habe sie schon. Ich habe sie auch bekommen. Ich auch. Ich glaube, ich habe die sogar besser bekommen als du. Niemand. Das kann unmöglich sein. Ich werde sie verpassen. Ich auch. Nein, ich habe sie. Jawohl, das ist meine, Mann. Ohne Scheiße. Ich gewinne das. Entschuldigung. Das ist hinter dem Kasten. Nur, dass ich es weiß. Na los. Hey, wieso holst du mich drauf aus? Wo ist es hin? Ich muss nur noch Timber holen. Ich habe schon alle. Geil. Und zack. Timber getroffen. Das hat ihn auch nicht aufgehalten, ey. Oh nein, hier nach rechts. Scheiße. Ich kriege den auch nicht. Nein, geil. Dann kriege ich den auch. Ja, ich bin Fünfter. Ey, aber ich bin Vierter. Und ich labere hier die ganze Zeit. Ich muss nur noch Timber kriegen. Ey, guck mal, wie weit die beiden vorne sind, Mann. Das schaffen wir nicht. Ich will ja hier nur positive Energien verteilen, aber... Ja, das war in Wirklichkeit negativ. Das schaffen wir nicht. Jetzt verschwimmst du dir auch noch weiter. Okay, warte. Ich glaube, wenn ich mich jetzt an ihn ran ziehe... Oh, hast du mich... Nee, du hast abgeschossen. Ey, ich muss nur noch einen kriegen in der letzten Map. Ich könnte sogar... Mit etwas Glück... Mit einer Prise Skill... Da vorne ist er, ey. Da vorne ist er. Jetzt werde ich nämlich noch mit einem blauen belohnt. Den ich nicht kriege. Scheiße, okay. Ich muss alles auf rot setzen. Aimbot, oder? Den roten... Nein! Aimbot. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Nee, er hat mehr Bananen als ich. Oh, Mann, ey. Was hast du gesehen, wo die ihn abgeschossen ist? Da kam keine Bananen raus. Der hat mehr Bananen. Mann, wie blöd. Ja, hier sieht man den Loser-Screen. Ja, nochmal, ne? Try again. Und los. Versuch's nur mal. Wollen wir das nicht off-screen machen? Wenn's jetzt schief geht, dann machen wir's off-screen. Warum? Ja, warum nicht? Will doch keiner nochmal sehen, wenn du das hier... Die wir verkack... Verkackt? Ja, jetzt verkackst du nicht. Okay. Aber wenn ich gewinne, dann hast du verkackt. Das ist mir klar. Das ist mir klar. Ja, okay. Da hab ich jetzt schon scheiße geworden, irgendwie. Ja, ich bin nämlich vor dir. Ja. Hab ne Münze mehr als du, ey. Ja, weil du die am Start gekriegt hast. Ne, hab ich nicht. Hä? Die hab ich mir nicht geholt. Du bist ein Penner, ey. Ja, ich weiß. Also, nein. Ich bin immer noch Erster. Das ist cool. Oh, die hab ich auch. Ich auch und ich hab den Blauen bekommen. Ja, und dafür hab ich gleich ne Rote. Dann sehen wir, was dein Blauer bringt. Genau jetzt. Hol mich ein, los. Hol mich ein. Hol mich ein. Tu es, hol mich ein. Ne, ich lass es mal lieber. Jetzt hol ich mir die letzte. Ich wurde schon von jemand andern abgeballert. Ich musste meine Rakete dafür aufgeben, aber egal. Jetzt brauch ich nur mehr Bananen. Ich hab nen roten Magnet. Ich auch. Ich kann ihn benutzen. Ja, die passiert so. Ich hab ihn auch benutzt. Ich hab sie schon wieder verpasst, ey. Man sieht deine Bananen wieder. Juhu. Ja. Das ist doch was. Ja, ne, komm. Das ist mein Augenblick. Totally. Oh, und ich krieg den Blauen nie. Wieso nicht? Das ist doch voll einfach. Der ist überhaupt nicht einfach. Die Kurve ist, kommt so unerwartet. Ah, ja. Der erscheint im letzten Moment und du denkst nur... Ich sichere meinen Vorsprung. Hier ist ein Blauer. Und es ist jetzt noch ein. Okay. Warum? Ich sichere wieder meinen. in der Position, in dem ich... ...hier einen hinnehme. Und wirst du darauf reinfallen? Na gut, ich hab eh den letzten nicht bekommen. Drei Mal an dem vorbei. An dem Einfachsten, ey. An welchen denn? Der da vor der Höhle. Welche Höhle? Die erste Höhle. Ach so, ne, das ist nicht der Einfachste. Natürlich. Ich hab echt auch immer... ...als wir vorher mal gespielt haben, fand ich den richtig schwer. Den hab ich nie bekommen. Ja, weil ich muss so die Höhe abzahlen. Ich hab 10 mal nah. Das konnte man Sieg werden. In der Map wäre herkommen. Du bist sauer, ne? So, sag es. Erzähl deinen Wut. Lass es raus. Ich bin nicht sauer. Ich bin... Ich werde die Trophäe gewinnen. Boah. Okay, okay. Und damit meinen ultimativen Sieg sich an. Oh, die Map mag es. Die Map mag ich. Die Map. Und go. Du musst am Anfang vom Gas gehen, dann ist der Toro besser. Oh, Mann. Ich laber nur Scheiße, ich hab schon einen verpasst. Ja, ich auch. Da hab ich schon genießt. Da hab ich schon genießt. Ja, du hast auch, ey. Ja, noch einen. Richtig gut, so läuft das. So läuft die, man. Ich muss meine Rakete. Da ist rechts, seiner. Und dann links. Ich will dir nur helfen. Die Porte, ich wegen mein Mann. Ne, ich kriege. Ich glaub, hier links im Baum ist auch ein. Hier hat er recht. Ja, sauber. Alter, hier ist ganz rechts danach eine. Und dann... Keine mehr. Eine ist, glaub ich, auch im Brunnen drin. Ja, stimmt. Da gehe ich auch gleich. Nein. Jetzt muss er hier erst noch rein. Oh Gott, dann gehe ich noch rein. Ne, muss nicht rein. Ne? Ne. Oh. Ne. Oh, wie sieht's mit dir aus? Ja, nur... Da war ich doch noch bei, oder? Oder was? Hm? Ja, siehste. Dann kannst du jetzt nicht mal anfängern, dann. So, da... Ich hab die Lads auch gesucht. Okay, also bei mir sieht's ganz gut aus. Aber ich hab erst zwei Münzen. Äh. Hehehe. Jetzt hol ich mir erst mal die, ja? Ist das schon Final Lab? Ja, ne? Ja. Scheiße, ne? Okay, die hier. Die muss ich mitnehmen, sonst... Kann ich nicht mehr irgendwas reißen. Hast du die im Holz stumpf? Ja, stimmt. Gut, danke für die Erinnerung. Die hier hab ich. Jetzt die im Holz stumpf. Ich glaube, ich hab hier noch eine nicht. Ja, die hier rechts wahrscheinlich, oder? Ja. Jetzt hab ich alle. Schau mal neben mir. Du musst jetzt alles... Du musst vor mir, oder? Ja, trotzdem. Na gut. Ja gut, wenn man die Münzen am Anfang nicht kennt, ist es echt schwer. Ja, das stimmt schon, Schöpfen. Die hier ist meine Strasse, die ich finde. Da muss man sich echt ganz am Anfang holen. Und die hier. Ja, sauber. Ich krieg's ganz gut. Ja. Die hab ich. Die hab ich auch. Jetzt die im Baumstumpf. Ja. Sauber. Oh Mann, ist das ne Kurve, ey. Wenn man aus dem Baumstumpf rauskommt. Gnadenlos. Aber ich hol alle ein, dass es gut geht. Jetzt kann ich auch Gas kleben. Ja. Beziehungsweise fach so. Nein, die schon wieder verpasst. Alter, wie viele fehlen mir denn noch? J. Ja. Nein, die. K Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017